Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Meier und ich leite die Akademie der Bezirkskliniken Schwaben. Die Bezirkskliniken Schwaben sind ein großes Gesundheitsunternehmen im Südwesten von Bayern. Mit Kliniken in den Bereichen Psychiatrie, Neurologie und Psychotherapie, sowie psychiatrischen Einrichtungen der Rehabilitation, der Eingliederungshilfe und der Langzeitpflege. Bereits seit 2001 bieten wir Fort- und Weiterbildung zu zahlreichen Themen der psychosozialen Arbeit. Viele Jahre unter dem Namen Allgäu Akademie in Kaufbeuren. Seit April 2022 sind wir die Akademie der Bezirkskliniken Schwaben. Unsere Kurse finden nun auch in Augsburg, Donauwörth, Münsburg oder Kempten statt. Kurz zu meiner Person. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Entwicklungsprozessen von Menschen, die im Bereich der psychosozialen Hilfen, der beruflichen Pflege oder der Psychiatrie arbeiten. Wichtig ist mir bei meiner Arbeit die Unterstützung einer guten Versorgung von Menschen in psychischen Krisen. Mit der Akademie bieten wir unseren Kolleginnen und Kollegen in den Bezirkskliniken Schwaben, aber selbstverständlich auch allen anderen Interessierten attraktive und praxisrelevante Angebote zur persönlichen Weiterentwicklung. Und wer kann bei uns nun Kurse besuchen? Unsere Angebote stehen allen offen. Sie richten sich natürlich vornehmlich an Fachpersonen der psychosozialen und medizinischen Versorgung, also an Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Psychologen, Fachpersonen, Kolleginnen und Kollegen aus der sozialen Arbeit oder aus den Spezialtherapien, wie Ergotherapie, Sport- und Bewegungstherapie, Kunsttherapie oder Musiktherapie. Wir möchten unser Angebot aber auch ausdehnen für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, in der Qualitätssicherung, in der Versorgung oder in den technischen Betrieben. Außerdem haben wir seit vielen Jahren ein Angebot für Menschen mit Psychiatrieerfahrung, die sich bei uns zur Ex-Innen-Genesungsbegleitung qualifizieren können. Und welche Kurse bieten wir sonst noch an? Unsere Weiterbildungen zur Praxisanleitung und die Weiterbildung zur Leitung einer Pflegeeinheit, also der Stationsleiterkurs, sind seit Jahren sehr gut nachgefragt. Wir bieten aber auch interessante Seminare zur Gesprächsführung, Therapie, Praxisanleitung und Führungsthemen. Wir freuen uns, dass wir hier mit Qualität überzeugen können. Schauen Sie doch mal vorbei.